und damit herzlich willkommen zum nächsten video die waffen ansehen aus battlefield 5 wir haben hier die typ 2 dann müsste das eigentlich die typ nie sein oder was heißt noch mal typ auf japanisch weiß nie heißt zwei das weiß ich das ist doch so ziemlich das einzige was ich auf japanisch kenne wir haben hier eine japanische maschinenpistole das ist quasi so eine art klon von der bergmann mp 28 oder wahrscheinlich noch hier der mp 18 allerdings haben die japaner das ding dann gemit poppt oder sozusagen in t bauweise umgesetzt und zwar t bauweise weil die waffe im querschnitt aussieht wie ein tee obwohl sieht eigentlich eher aus wie die japanische form vom tee also dieses zeichen was ich hier einblende was hoffentlich ein tee ist was ich nicht verwechselt habe und zwar ist hier noch eine starke gekrümmtes magazin drin das hat den grund weil hier patronen drin sind ich glaube das ist 8 mm nambu ja genau es ist 8 mm nambu 8 mm nambu ist 8 x 22 das ist eine relativ kurze relativ schwache patrone die japaner eigentlich eher für ihre selbst ladepistolen eingeführt haben und deswegen waren japanische maschinenpistolen auch nie richtig gut und auch hier diese typ 2 hat sich nicht final durchgesetzt sondern man ist dann eher einen klassischen weg gegangen und hat dann halt die typische mp 18 form übernommen dann für typ 100 schrägstrich 1 und typ 100 schrägstrich 2 das ding hier dürfte glaube ich auch eine richtig hohe vollgeschwindigkeit haben ja zack leer ist es das magazin rein und gespannt ist das zuschießend wie viel ist denn magazin drin ich glaube 30 oder nein das ist eine aufschießende maschinenpistole also das wusste ich nicht also ich wusste nicht dass die typ 2 halt aufschießen funktioniert aufschießen mit so einer hohen feuergeschwindigkeit mit einer geschlossenen verschlussstellung das ding würde in der realität einfach nur dazu schreien zu überschießen und irgendwann einfach her zu gehen und einfach zu feuern ohne dass der schütze den abzug drückt deswegen weil das patronenlager so heiß ist dass halt die patronen einfach durch die alleinige hitze zünden ist eine ganz coole sache das dabei ist gibt es meine ich sonst in kaum spielen ich meine ich habe die bis jetzt in keinem spiel wirklich gesehen ach übrigens gehen ja noch mal grüße raus an admiral e der die waffe relativ gut also relativ gerne mag und mich im live stream auch mal gefragt hat warum die waffe denn so eine hohe vollgeschwindigkeit hat und zwar hat man das bei relativ vielen prototyp waffen dass die vollgeschwindigkeit relativ hoch ist das hängt mit einer entwicklungsstrategie zusammen die etwa so aussieht und zwar stellt euch mal vor ihr habt eine neue maschine bis zu die ist gerade entwickelt worden also die ist gerade fertig ihr habt einen prototypen mit mühe und not an der werkbank zusammengefummelt und das ding hat natürlich jetzt relativ viele probleme es hat auszugshemmungen auszugsschwierigkeiten oder irgendwelche zu für schwierigkeiten die patronenpräsentation ist nicht schnell genug das ding hat also wahrscheinlich an die fünf bis sieben verschiedene fehlerquellen und jetzt geht es natürlich darum diese fehlerquellen eine nach der anderen eine nach der anderen auszusortieren also ich eher also die fehlerquellen ein nach der anderen auszuschalten und deswegen kann man hergehen und folgendes machen und zwar lädt man diese maschinenpistole mit einer sehr sehr harten ladung oder man geht her und macht den verschluss sehr sehr leicht dadurch hat man einen relativ hohen gasdruck und mit diesem relativ hohen gasdruck also waffen neigen eher dazu gut zu funktionieren wenn man mehr power ins system tut weil diese mehr kraft im system eigentlich eher dazu führt dass die waffe richtig funktioniert also man geht her nimmt diesen prototypen und tut da sehr sehr hart geladene munition rein also mit sehr viel pulver dann hat man die chance dass die waffe einwandfrei funktioniert weil einfach richtig viel power im system ist welche die waffe dazu zwingt zu funktionieren das ist auch das prinzip halt hinter der akka kalaschnikow dass sie einfach so viel power im system hat dass sie einfach über verschmutzung drüber funktioniert sozusagen und dann guckt man funktioniert die waffe wenn die waffe funktioniert nimmt man ein bisschen weniger ladung dann guckt man dann kommt es vielleicht zu auszugshemmungen dann repariert man die auszugshemmung dadurch dass man zum beispiel den auswerfer ein anders gestaltet oder in dem fall halt die auszieherkralle ein bisschen anders gestaltet dann noch ein bisschen die auszieher feder bisschen stärker bisschen schwächer also man probiert so ein bisschen rum dann reduziert man die ladung weiter weiter das macht man so weit bis man irgendwann nach und immer wieder auf fehlerquellen stößt und diese fehlerquellen dann immer wieder ausschaltet und irgendwann hat man einen punkt erreicht wo die waffe dann wirklich mit sehr schwach geladener munition noch funktioniert man alle fehlerquellen ausgeschaltet hat dann kann man sagen okay dann gehen wir in der ladung noch mal ein bisschen höher um noch so ein bisschen so ein sicherheitspolster zu haben und dann haben wir eine waffe die gut funktioniert der nachteil daran ist allerdings wenn man die waffen natürlich overgast also mit mehr gas power im system hat als gut wäre dann hat man meistens das problem dass zu einer sehr sehr hohen folgeschwindigkeit kommt das ist auch das dass viele waffen die als overgast gelten also die bisschen mehr gas im system haben als nötig ist damit sie halt zuverlässig funktionieren dann immer sehr sehr hohe folgeschwindigkeiten haben das hat man zum beispiel bei der famas ist das der fall bei der hk4 16 ist das der fall mir fällt fallen aber sonst keine wirklichen beispiele ein ach ja genau bei der bar kann man das ja machen bei der bar kann man ja das gas system einstellen wenn man da mehr gas im system lässt dann hat man ja auch eine hohe höhere folgeschwindigkeit weil halt das höhere gas im system sorgt halt für eine höhere verschlussträger rücklauf geschwindigkeit und die folgeschwindigkeit ist größtenteils halt von der verschlussträger rücklauf geschwindigkeit abhängig so ich hoffe das war so etwas ständig erklärt wenn nicht müsste ich das noch mal in einem anderen video gesondert erklären aber das ist halt der grund dafür dass halt viele prototyp waffen sehr sehr hohe folgeschwindigkeiten haben so als nächstes oh das grease gun cutesy so habe ich auch relativ viel schon gemacht dürfte auf meinem kanal auch eine bekannte waffe sein weil halt das nasentier ein großer fan von dieser waffe ist das ist eine amerikanische maschinenpistole die hat man damals eingeführt weil die thompson einfach zu teuer war grob gesagt ist das ding einfach nur ein haufen zusammengeschweißtes blech und sie hat eine niedrige sehr niedrige folgeschwindigkeit und es ist keine a2 das ist noch das modell mit dem hebel beim modell m3 ohne a1 hatte man wirklich einen spannhebel auf der seite das heißt es ist auch halt wirklich ein hebel ach so wenn ich sie nicht leer schieße muss man den hebel natürlich nicht bedienen weil der verschwunden bleibt so und gespannt mit dem spannhebel ist sehr cool ist ein system was halt mit ein bisschen weniger gas arbeitet das hängt aber allerdings eher damit zusammen dass halt der skaliber beziehungsweise die patrone 45 acp auch nicht den meisten gasdruck produziert so als nächstes ah die hatten wir ja erwähnt das ist die typ 100 das magazin ist im weg hier vom pictogramm ist eine typ 102 es gibt ja zwei typ 100 und die erste davon hat hier noch so ein kolben unter dem lauf welcher dazu gedacht war halt das bajonett anzubringen das ist jetzt sozusagen die finale japanische maschinenpistole die wurde damals schon in massen produziert allerdings nicht wirklich viel so huste ausgeschnitten welches mir natürlich mal wieder die video länge verändert weil ich jetzt nicht weiß wie lange ich gehustet habe weil wenn ich huste was ich mal machen könnte ich könnte mir wenn ich anfangen zu husten eine stopp nur stellen und dann und dann wissen wie viel verlängerung ich für das video brauche dann könnte ich videos machen die immer genauer 20 minuten lang sind so das ist eine japanische maschinenpistole die wurde bereits in massen produziert allerdings hatten japaner ein bisschen pech und zwar die japaner hatten dann eine lieferung von relativ vielen dieser maschinenpistolen ich glaube das waren ich glaube das waren auch nicht so wirklich viele im vergleich mit anderen ländern ich glaube das waren auch nur so 500 stück so 1000 bis 500 stück oder so die wurden dann in einem lager gelagert auf einer japanischen insel und noch bevor diese maschinenpistolen an die truppen ausgegeben wurden wurden diese insel halt von den amerikanern erobert und dann hatten die die vielen maschinenpistolen die die hergestellt haben mit mühe und not dann an die dann an die amerikaner verloren aber es wurden davon auch noch einige eingesetzt allerdings nicht so viele die ist auch ordentlich schnell eigentlich gilt die typ 100 als ein bisschen langsamer weil die halt auch einen relativ langen verschluss weg hat und zwar wenn man halt das ding abfeuert sorgt halt der rückdruck dafür dass der verschluss nach hinten beschleunigt wird und wie ihr das am pictogramm seht ist die typ 100 sehr sehr lang und diese sehr sehr lange strecke sorgt eigentlich dafür dass der verschluss sich auch so ein bisschen tot laufen kann das ist nämlich etwas anderes was halt auch zum rückschlag dazugehört also rückschlag ist die kraft die der schütze abbekommt der rückschlag besteht zum großen teil aus geschossrückstoß und gasrückstoß der gasrückstoß ist auch als raketeneffekt bekannt eine weitere kraft die allerdings auch auf den schützen einwirkt ist der sogenannte verschluss träger anstoß das bedeutet wenn der verschluss träger von dem gasdruck nach hinten befördert wird und dann hinten am waffengehäuse anstößt dann überträgt der verschluss träger per stoß einen größten teil seiner restrücklauf energie auf das waffengehäuse das waffengehäuse überträgt diese restrücklauf energie auf den schützen und um das zu verhindern haben die japaner hier eine sehr sehr lange waffe gebaut damit sich sozusagen der verschluss nach hinten tot laufen kann und wenn das gehäuse halt sehr sehr lang ist dann ist dieser anstoß relativ schwach weil der verschluss dann auf seinem weg diese ganze kraft gegen die schließfeder verbrauchen kann es gibt auch waffen die rechnen fest damit nachdem in den 80er jahren haben halt die chinesen die typ 81 produziert die damit arbeiten und in den 90ern wurde das ultimax 100 produziert ist ein recht unbekanntes maschinengewehr und ich meine allerdings der hauptgrund warum die japaner so lange maschinenpistolen produziert haben ist damit sie diese maschinenpistolen auf den werkzeugen und werkbäcken produzieren können wo die sonst ihre arisaka gewehre hergestellt haben das heißt ich glaube verschluss träger verschluss trägeranschlag waren nicht der hauptgrund dafür ist ganz nett dass es dabei ist ich glaube es kam auch im pazifik dlc mit dazu ah jungle carbine das ist cool das ist der nummer 5 carbine also das gewehr also das britische gewehr nummer 5 das ist eine sehr sehr stark verkürzte version des endfield nummer 4 mark 3 gewehrs ist der sogenannte jungle carbine der sehr sehr kurz der wurde damals für die dschungelkämpfe produziert damit man ein sehr sehr kurzes gewehr hat obwohl das ist eigentlich kein kurz gewehr das ist schon klasse das ist ich glaube in der länge kurz zwischen karabine und kommando wer das nicht weiß kommando ist so eine ziemlich eine abkürzung also kommando nennt man seit dem vietnam krieg also seit dem xm 177 e2 waffen welche sehr sehr kurz und welche aber trotzdem noch die hauptordernspatrone verschießen das ding ist unglaublich kurz hat deswegen auch unglaublich starken mündungskanal unglaublich starkes mündungsfeuer wir haben hier wieder einen mündungsfeuer dämpfer des laval typen der halt das mündungsfeuer nach vorne breit zieht also lang zieht und sehr schnell durchgeladen so ladestreifen die meine ich von hand entfernt werden müssen da müsste ich aber noch mal nachgucken wie das endfield system das regelt und ich habe hier den mad grip da habe ich aber auch schon mal also sehr oft darüber gesprochen das ist einfach eine taktik wenn man halt die waffe mit dem mittelfinger abzieht damit man mit daumen und zeigefinger bereits wenn man schon schießt halt den kammerstängel bereits in der hand haben kann kann ich das eigentlich auch mit dem visier ausstatten also anpassen warum kommt denn deutsches zf 41 da drauf das sieht ja ultra merkwürdig aus sieht sieht wirklich sieht wirklich komisch aus das hier ist übrigens das deutsche zf 41 das zf 41 hat allerdings einen relativ schlechten ruf deswegen weil es als eines der schlechtesten scharfschützen visiere gilt es war allerdings das ist die besonderheit an der sache nie als scharfschützen visier gedacht es war als sogenannte scout visier gedacht ein scout visier was auch schon ein bisschen anachronistisch ist weil das scout visier also die idee zum scout visier kommt erst ein bisschen später auf beziehungsweise der name scout visier kommt später auf die idee gab es schon ein scout visier ist ein visier was über der verschluss also weit vor der verschlussbahn einer waffe angebracht wird das heißt man hat ein visier das ist so weit vorne dass man die waffe noch mit ladestreifen nachladen kann der nachteil ist dass man relativ kleines sichtfeld hatten das visier sehr weit weg ist was für scharfschützen sehr unangenehm ist allerdings sollte dieses ding niemals als scharfschützengewehr also als scharfschützen wie sie eingesetzt werden sondern es sollte jeweils in jeder deutschen schützengruppe der beste schütze dieses ding bekommen um halt ziele bekämpfen zu können die ein bisschen weiter weg sind so ein bisschen um das zu machen was heutzutage der zielfernrohrschütze beziehungsweise der designated marksman also der dmr bei den amerikanern machten der zielfernrohrschütze in der deutschen bundeswehr allerdings ist es dazu gekommen dass dieses programm war fast fertig also das zf 41 war entwickelt und es waren auch schon adapters schienen für die kabine 98 kurz fertig allerdings kamen dann ich glaube der wunsch auf auch scharfschützen einzusetzen ich glaube da war auch schon der ostfeldzug schon so ein bisschen dabei und die russen waren ja mit den visieren auf ihren gewehren schon relativ früh die hatten ja bereits im spanischen bürgerkrieg das pe später dann das pm und ich glaube nee das kommt erst das pu das bekannte kommt erst danach also die russen hatten bereits schon scharfschützen und die deutschen wollten da ganz schnell auch scharfschützen haben und haben dann diese zf 41 also diese scout visiere wieder aus den truppen rausgenommen und an die scharfschützen ausgegeben dieses visier war allerdings nie für scharfschützen gedacht die scharfschützen waren mit dem zf 41 sehr sehr unzufrieden und haben deswegen dann später das zf 42 bekommen was dann ein richtiges scharfschützen wie sie ja war was dann auch wieder über der verschluss brücke lag und nicht so weit vorne obwohl hier im spiel ist es gar nicht mal so schlecht ist natürlich schlechter als das zf 41 was man hat aber es sieht auch relativ gut dargestellt aus ich glaube in der realität wäre es noch ein bisschen furchtbarer und ja das ist die das ist der hauptvorteil eines scout visiers man kann die waffe nachladen auch wenn man ein ziel visier drauf hat ich finde es hier ein bisschen fehler am platz dass es dann wirklich hier auf dem jungle carbine ist und ich glaube beim cabine 98 kurz ist es nee 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 anpassen okay beim cabine 98 kurz für das dieses visier gebaut wurde für das dieses gebiet ihr merkt sprechen wird schwierig das ist beim cabine 98 kurz also das gewehr für dass das visier gebaut wurde nicht geht das finde ich merkwürdig übrigens jungle carbine finde ich auch gut dargestellt ist auch ist auch eine relativ interessante wahl ich weiß allerdings nicht warum man dieses ding hier benutzen soll benutzen wollen würde wenn man doch ein ganzes smi haben kann oder hat das ding so eine reiß mich hoch mechanik mal gucken nö also also meine waffe kollidiert nicht nicht irgendwie mit umgebung ich glaube das anzielen ist schneller oder so ich weiß nicht falls jemand das weiß warum man im spiel dann wirklich hier den jungle carbine nehmen sollte und nicht ein ausgewachsenes smi könnte das ja gerne in die kommentare schreiben wäre ich sehr dankbar übrigens hätte man in der realität wirklich nur den vorteil dass diese waffe etwas leichter ist und etwas kürzer dazu hatte ich auch ein ganzes video gemacht in escape vom tag auf warum kurze läufe doof sind die haben nämlich weniger reichweite weniger präzision mehr mindungsfeuer größeren mindungsknall und sonst eigentlich bis auf dass sie leichter und kürzer sind eigentlich kaum vorteile so wir machen noch ein bisschen weiter map 28 mehr map 38 ach das ist eine die oh gott von der bretta 38 a gibt es glaube ich fünf versionen oder so das ist die version mit vielen kleinen löchern mit oder ohne mündungsbremse lass mal gucken mit mehrfach geschlitzter mündungsbremse ich glaube das ist die erste version von dieser version gibt es ganz viele verschiedene versionen die ersten version hat noch kühlmäntel mit kleinen vielen löchern später werden diese löcher oval und länglich dann kommt der kühlmantel ganz weg mit glattem lauf dann hat man einen lauf mit flutungsrillen ganz am anfang hat man eine mündungsbremse mit mehreren kammern dann kommt eine mündungsbremse mit einer kammer dann gibt es einen glatten lauf dann gibt es einen lauf mit einem schrägen einschnitt in den lauf dann gibt es noch einen lauf mit zwei schrägen kompensator einschnitt in den lauf da gibt es glaube ich sieben versionen von dem ding oder so ach hier sieht man es hier ist die mündungsbremse mit 1234 kompensator schlitzen kompensator schlitzen deswegen das hatte ich auch öfter mal erklärt wenn jetzt hier das projekt hier durchkommt dann strömt natürlich das unter hohem druck stehende pulver gas nach oben und sorgt dafür dass hier so eine art also dass das pulver gas nach oben ausströmt und beim nach oben ausströmen hat es halt einen eine raketenartige gegenreaktion das auch eine form von rückstoß die dann dafür sorgt dass halt hier die waffe nach unten gedrückt wird und deswegen ist die waffe in der realität etwas leichter unten zu halten weil sie halt von den eigenen pulver gasen nach unten gedrückt wird das ist halt der sinn eines kompensators der nachteil eines kompensators ist natürlich dass die ganze zeit wenn man schießt halt so eine art feuerstrahl nach oben aus der waffe kommt und zwar genau da wo die visierlinie liegt und das ist besonders im dunkeln sehr sehr unangenehm weil das den schützen blendet und irritiert aber ich habe das kurze magazin ich habe nur 20 ok reden wird schwierig das wird das letzte video für heute also hier sehe ich den kompensator hier sehe ich den kompensator blitz nicht und ich habe das kurze magazin mit 20 patronen wahrscheinlich um die waffe zu balancen obwohl die vollständigkeit ist auch relativ niedrig und ich habe einen spannschieber spannschieber ist allerdings was was ich dann demnächst noch mal gesondert ausführe ein spannschieber kurz erklärt das ist kein verschlussgriff der die ganze zeit mit läuft denn mitlaufende verschlussgriffe haben erstens wenn sie zurücklaufen halt die eigenschaft den schützen verletzen zu können weil sie halt die gleiche kraft haben wir der verschluss daran kann man sich verletzen und wenn sie nach vorne laufen und der schütze dran kommt kann es zu ladehemmungen kommen also zu zündversagen weil halt man wenn halt also wenn halt der verschlusskörper mit dem verschlussgriff eine einheit bildet und der verschluss läuft nach vorne der schütze kommt allerdings zum beispiel mit dem daumen oder mit zeigefinger so oder so an diesen griff dann kann es dazu kommen dass man dadurch die verschluss vorlauf geschwindigkeit reduziert und zuschießende waffen brauchen eine mindest verschluss vorlauf energie um mit ihrem um mit ihrer zündwarze ist es ja meistens das zündhütchen der patrone abquetschen zu können wenn man durch eine berührung des verschluss hebels die verschluss vorlauf geschwindigkeit unter ein gewisses maß reduziert kann es sein dass es zum zündversagen kommt und deswegen haben sich die italiener gedacht wir machen das nicht so dass das unser verschlussgriff mit dem verschluss mit läuft sondern wir brauchen einen spannschieber der spannschieber kann den verschluss nur nach hinten bewegen nicht allerdings die nach vorne folgen das heißt man hat hier einen verschlussgriff welcher beim schießen ruhig bleibt und sich nicht bewegt den sieht man hier leider relativ schlecht das sind diese paar weißen pixel hier zwischen waffen gehäuse und kimmenblatt und wenn man schließt sieht man so ein bisschen der bewegt sich halt nicht wenn die waffe leer ist kann ich das ding nach hinten ziehen und muss das ding dann allerdings wieder nach vorne schieben damit der verschluss nicht diesen hebel wenn das erst mal nach vorne läuft mitnehmen würde denn wenn er diese mitnehmen würde müsste er zusätzliche masse und zusätzliche reibung mit überwinden das könnte wieder die verschluss vorlauf geschwindigkeit reduzieren deswegen wird das ding hier so gespannt dass man halt den verschluss den verschluss spanngriff nimmt damit den verschluss nach hinten bewegt dort hinten wird der verschluss dann von der abzugstollen nase gehalten und dann schiebt man diesen verschluss spann hebel wieder nach vorne damit er halt da in ruhe sein kann aber ich weiß weiß wahrscheinlich ein bisschen schlecht erklärt oder grafik ist wahrscheinlich auch schwierig und da ich gerade so ein bisschen das sprechen verlernte würde ich auch sagen dann ist das das letzte video für heute drei stück sind ja auch ein ganz sind ja auch eine ganz gute quote für den tag so dann hoffe ich allerdings dass euch dieses video gefallen hat auch wenn es das letzte von drei war und deswegen ein paar mehr versprecher beinhaltet als sonst dann würde ich sagen vielen dank fürs zusehen dann könnt ihr jetzt hier meinen kanal abonnieren dann könnt ihr einen anderen kanal abonnieren dann könnt ihr hier eins von meinen videos gucken und ein video eines anderen kanals gucken dann noch mal das hinweis das ist so geil wenn ich mich hier umdrehe liegt hier wirklich slobodami losowitsch auf meinem bett das ist einfach zu geil diese decke dann noch mal das hinweis auf das geniale schnabel decken video und ach das hatte ich in den letzten videos vergessen noch mal den hinweis noch mal dankeschön an banschi ntd der gute hat mir hier diesen key verschafft übrigens habe ich jetzt auch ein paar mehr keys für andere spiele auch mir selber geholt das heißt mir gehen erst mal die spiele zum zeigen glücklicherweise nicht aus dann noch mal der hinweis auf mein instagram twitter und das tik tok was die nase für mich zwangsweise angelegt hat dann noch mal vielen dank fürs zusehen und bis zur nächsten folge